Teil 26 Lunch, Montag, 13 Uhr Das Esszimmer war prunkvoll. Das antike Mobiliar wurde durch Kristallkronleuchter, teure Gemälde, kleine Skulpturen und üppige Blumenbouquets ergänzt. Madisons Großeltern speisten außer Haus. Auf dem Esstisch lag eine weiße Damasttischdecke. Es war Platz für mindestens 14 Leute. Für Madison war an der Kopfseite des Tisches gedeckt, für den Gast gegenüber. Chrissy starrte auf das Bestecksammelsurium und fragte sich bestürzt, zu was sie die Teile verwenden sollte. Madison grinste, packte kurzerhand ihr Gedeck und setzte sich neben Chrissy. Gemütlich hier, was? Ja, richtig kuschelig. Fast wie bei guten Freunden, antwortete Chrissy. Ein kurzer Besuch war ja ganz okay. Aber ein paar Tage in so einer abgehobenen Umgebung verbringen? Nein, das würde sie nicht aushalten. Du übernachtest einfach bei mir im Zimmer. Raymond hat noch einen Schlafsack und eine Luma, sagte sie und löffelte die Suppe aus. Klar, wenn das geht. Es wurden Sandwiches mit Roastbeef serviert. Das Fleisch lag auf einem riesigen weißen Teller mit kunstvollem Goldrand. Drumherum waren Grünzeug, Tomatenscheiben und Oliven appetitlich drapiert. Ist deine Mutter in London aufgewachsen? Fragte Chrissy neugierig. Madison's Marr war locker drauf und ziemlich unkonventionell. Kurzum, sie passte überhaupt nicht hierher. Nicht wirklich. Als Britin aus adeligem Haus hat sie die obligatorische Internatskarriere hinter sich. Jahrelang lebte sie mit ihresgleichen auf einem Institut für Mädchen, irgendwo in der Pampa. Die Sommerferien verbrachte sie meist mit der Familie in Südfrankreich. Nur die Weihnachtsferien wohnte sie im Queen Walk. Sie studierte, lernte meinen Vater kennen, verknallte sich total und machte ihm einen Antrag. Er nahm an, sie heirateten in Vegas. Ohne den Segen der hochwohlgeborenen Familie. Oma tobte, ein bürgerlicher, dazu amerikanischer Herkunft. Es herrschte jahrelang Funkstille zwischen den Castingsons und ihrer missratenen Tochter. Ich hab meine Großeltern erst kennengelernt, als ich acht Jahre alt war. Und wie sind die drauf? Fragte Chrissy. Schräg. Typische britische Upper Class. Ist ne äußerst gewöhnungsbedürftige Spezies. Zu mir sind sie allerdings ganz nett. Ich seh Oma ziemlich ähnlich. Mom behauptet, dass sie ihr nur deswegen die Heirat mit Paar verziehen haben. Als Nachtisch gab es Eis mit frischen Himbeeren. Lecker. Chrissy ließ das köstliche Vanilleeis auf der Zunge zergehen und zerdrückte nachdenklich eine der frisch gepflückten Himbeeren mit der Zungenspitze. Durch Madisons Adern floss bläuliches Blut. Und sie hatte keinen blassen Schimmer gehabt. Irgendwie daneben, oder? Camden Market. Montag, 13 Uhr. Der Mann stieg an der Underground Station Camden Hall aus und lief die Chalk Farm Road hinunter. Links und rechts war die Straße von Musikgeschäften, Schuh- und Gothic-Läden gesäumt. Piercing und Tattoo-Studios boten ihre Dienste an. Die Schaufenster waren schrill aufgemacht. Stände mit Krimskrams, billigem Schmuck, Uhren, bedruckten T-Shirts oder Lederwaren waren wie Trauben aneinandergereiht und bildeten einen Teil des berühmten Camden Market. Die erfahrenen Marktbesucher tauchten links und rechts in Seitenstraßen ab und fanden dort Stände mit skurrileren und ausgefalleneren Waren. Für einen Wochentag wie heute, ein schnöder Montag, war viel los. Er hatte mit weniger Trubel gerechnet. Einer der We Love Jesus People baggerte ihn an und wollte ihm ein Gespräch aufzwingen. Er verabscheute diese Weltverbesserer und schob den Mann mitsamt seinem Schild grob zur Seite. Wieso war er, dem Kerl unter all den prachtvoll aufgemotzten Besuchern, überhaupt aufgefallen? Emos, Punks und Modebegeisterte führten ihre schrägen Hairstyles und extravaganten Outfits aus. Und ein hagerer, älterer Mann war doch völlig uninteressant. Er wollte zum Camden Lock. Dort würde er finden, was er brauchte. Früher war der Lock ein Kohlelager der Londoner Eisenbahn. Statt Kohle beherbergten die schmalen Keller jetzt Läden jeder Fasson und exotische Imbisse. Er hatte gehört, dass man in den engen Gassen des ehemaligen Kohledepots auch allerhand Illegales besorgen konnte. Aber vielleicht war das nur ein Gerücht. Die Läden waren durch schmale Korridore verbunden. Das machte den besonderen Reiz aus. Die Besucher drängten sich begeistert durch dieses Labyrinth. Er schob sich durch den Eingang. Der japanische Imbiss bot ihm Gratishäppchen an, aber er winkte schroff ab. Chinesische, iranische, italienische, mexikanische Spezialitäten. Die Gerüche vermengten sich zu einem würzigen, für den Lock typischen Geruch. Er suchte den Laden mit esoterischem Krimskrams. Im Magic Life bediente ihn eine in wallende Gewänder gehüllte Frau und fragte sanft nach seinen Wünschen. Ich suche eine dieser chinesischen Kugeln. Eine rote. Meine Tochter wünscht sie sich zum Geburtstag. Sie meinen sicher die geschliffenen Heiledelsteine. Sie sind wunderschön. Wir haben einen Heiledelstein aus Rosenquarz da, aber die Farbe ist eher rosa. Sie holte den Stein und zeigte dem Mann die dazugehörende Kette. Ihre Tochter braucht dazu diese Silberkette. Sie kann die Kugel in die Spiralfassung einlegen und wieder entnehmen. Rosenquarz stärkt die Liebesfähigkeit eines Menschen. Viele unserer Kunden kaufen verschiedene Heiledelsteine. Sie wählen täglich einen passenden Stein aus. Mit der Zeit spürt man, welche Heilkraft die Aura gerade benötigt. Rote Kugeln führen sie nicht, unterbrach der Mann den Redeschwall der Verkäuferin. Im Moment leider nicht. Vielleicht hat der tibetische Laden neben dem Warehouse rote Heilkugeln. Oder der China-Shop in dem riesigen gelben Zelt. Die billige Ware aus China hat aber sicher keine Heilkräfte, säuselte die Verkäuferin. Der Mann überlegte kurz. Ich nehme beides, den Rosenquarz und die Kette. Das passt schon. Er bezahlte bar, ging aus dem Laden und ließ sich mit der Menge durch das Lok treiben. Beim nächsten Seitenausgang scherte er aus und ging in Richtung Warehouse. Er ging die Holztreppe in den oberen Stock hinauf und fragte nach dem tibetischen Laden. Er hatte Glück. Der mönchartig gekleidete Brite zeigte ihm zwei rote Kugeln. Sie waren unterschiedlich groß und variierten im Farbton. Die größere war aus Korallenschaum und hatte hübsche Sprenkel. Die kleinere war aus Lapis und schimmerte dunkelrot. Es war ein fast metallener Glanz. Er kaufte ohne zu zögern beide. Insgeheim fragte er sich, wie ein Laden mit buddhistischem Himalayanipis hier in London überleben konnte. Aber er verstand die Welt eh schon lange nicht mehr. Zufrieden verließ er den Laden und lief zur U-Bahn-Station zurück. Das war Teil 26 von Scromax Long. Die Suche. Alle Hörbuchteile zum freien Download auf Scromax.de 1...! 2... 1... 2...